Hallo zusammen, hier ist Viktor Smolski. Wir haben letztes Jahr jede Menge Konzerte gespielt und viele Festivals, aber immer noch nicht genug. Wir machen mit Almanac den nächsten Headliner-Tour, bevor wir weiter im Studio gehen. Wir haben eine ganz besondere Setliste mit Songs von Zar und Kingslayer-Albums, aber auch jede Menge meiner Autoklassiker von Rage, Lingo Mortis und sogar mein Odyssey. Wir haben super zwei Bands an Bord, richtig böse Jungs, New Level aus Weißrussland und eine super interessante Band, Anime Inside. Also nicht verpassen, wir sind am 9. März im Jutz in Andernach. Wir sehen uns da. Wir sehen uns da.